Ich persönlich finde das iPad wieder eine sehr gelungene Erfindung von Apple, ein perfektes Mittelding zwischen iPhone und Laptop. Jedoch würde ich mir es selber nicht zulegen, da ich einen guten Laptop und ein gutes Handy besitze und es mir einfach zu teuer ist. Und ich bin CheezysTube in YouTube und abonniert mich und ich bin hier raus.